also willkommen zu einer neuen folge die skylines wie man immer noch hört playstation hat neue laut das anders laut ich habe das spiel ein bisschen weiter laufen lassen ja ich habe mir ein tee gemacht interessiert wahrscheinlich niemanden aber ich sage es einfach ich habe mir ein tee gemacht ein schwarzen tee und dabei habe ich das spiel weiter laufen lassen einfach anders solange ich mir ein tee mache ja weiter laufen etwas wo ich wieder kam habe ich eine schufe aufgestiegen es gibt es jetzt bus verkehr das ist doch mega geil jetzt kann ich meinen bus zu sagen wohin die hinfahren müssen was sie zu machen haben ich kann auch fahrradstraßen bauen jeder der auch im stream auf twitch dabei ist weiß wie angepisst ich war mit dem busverkehr also ich bin ziemlich angepisst die dinge so zu platzieren so schön weil wenn ich hier so bin und irgendwas so mache sie das sofort nach oben das hat mich angepisst aber anders angepasst das werde ich niemals ausschneiden dafür wenn die nerven da fehlen mir die nerven für ich werde dass wir alle schön mit sehen wie ich das hier eben nicht so richtig scheiße verbinde ich werde nicht raus können weil ich erstmal gar keinen bock habe ich habe keinen bock das raus zu cutten wo ist namens schluss ach da hinten da fährst du mal noch hier entlang mein freund ich finde ich so scheiße dass man nicht ähm ok das macht ja sinn aber dass man nicht halt dings machen kann das bus und so weiter die gleiche strecke fahren kann also schulbus mit bus also das war jetzt unnötig dass er jetzt hier um fährt er hätte einfach hier gerade ausfahren müssen um dann zu kommen oh mein gott dafür ist klar zu viele menschen das sind das ist auch das gewerb mit sich verarschen was ist passiert spiel spiel was hast du gemacht hast mir gerade im spiel warum warum das spiel fängt mich einfach komplett ich habe mir einfach die strecke hier genommen oder warum fahren da so viele busse warum ich brauche nicht so viele busse mann also das spiel hat meine linie teilweise weg gemacht die haben mir einfach fett diese linie gezogen das war einfach mitten im gewerbegebet und hat die erstmal fett die linie mir raus was an sich nach meiner meinung maximal bullshit ist ja was soll man sagen das hier wird jetzt auch eine linie aber für schul bus für bus schulkinder schul busse wollte sagen das wort gibt es ja aber nein kann ich das noch löschen ja aber steht sie ganz strecke gelöscht nein so ach nein das darf ich da nicht spazieren heult doch rum seid doch glücklich dass überhaupt busse fahren was für bastarde in meine stadt leben mein straßenverkehr den anschlüssen darüber reden jetzt alle nicht der anschlüsse sich am maximal finnarsch hier wir werden auch gleich weniger busse fahren dafür wird sorgen aber die servos hier fährt aber noch länger und er wird jetzt wird jedes mal dasselbe ok das fährt hier fahren ein bisschen kinder drin also da sieht man was am meisten hier drin fährt kinder nicht erwachsene wahrscheinlich wegen den arbeitsplätzen hier fährt ja wirklich hier quer durch ich meine einwohner ist das gewerbe wahrscheinlich ist nicht an das gewerbe oder nicht es ist nicht wirklich an für 13 prozent also das sind wenn wir das sind aber menschen die keinen bock auf mich haben wie wir sehen wir haben gerade ein bisschen geld aber nein warte 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 bevor ich die busse machen ach du scheiße ich glaube ein ladebildschirm kommt ja also das ist manchmal eine totale katastrophe wenn ich straßen mache neuer einfach überall so ein scheiß ding ich muss wie ich bemerke also hier mache ich erstmal schulbus und schulbusse halt nur in diesem gebiet hier nur schulbusse weil wir müssten schulen glaube ich sein glaube ich keine ahnung nein zufälligweise sind hier keine schulen was bin ich für ein mensch der keine schulen bauen dann muss ich einfach hier so ein gebäude hin und hier auch noch so ein gebäude hin um den sinn schulbusse zu verstärken habe ich eigentlich auch feuerwehr als feuerwehr steht das ist ja ein krankenhaus ja also schulbusse sollen hier lang fahren haben wir gemerkt ich habe die busseitestelle genial platziert meine busse meine buslinien sind nicht immer die besten der besten ich werde aber auch noch eine buslinie machen zwischen diese stadt hier und der anderen stadt einfach aus dem grund dass sie nicht rüber spazieren müssen sondern mir kohle geben dafür um rüber zu kommen keine einwanderer in meinen städten das ist tabu ich und meine straßensysteme sind immer die allerbesten also ich krieg zu kotzen meine straßensysteme aber was soll ich sagen ich mache einfach das beste raus aus einem straßensystem da lang da lang ach komm wir machen wir noch die ganze linie ein bisschen voll ach das sieht man interessant auch erstmal da lang dort mach mal wieder anschluss öhnen du bist du bist du bist das macht schon was man kann euch ja namen geben LATIKAN CETI LATIKAN CETI LATIKAN CETI LATIKAN CETI Du bist hier Schulbus Schreibe ich auch hin Oh, ich habe gerade gedacht ich habe meinen Kopf vergessen Oben Schulbus LATIKAN CETI mir wäre es auch lieb das hat sie mit mir hier beim namen gibt für diese stadt buslinie das ist so ein scheiß name im spiel guter platz ich merke das ist schulbus wieder mal so ok schulbus also das habe ich jetzt gemacht latikan city ist natürlich größer und ja und es ist abends was ich mich frage wann bekomme ich bei 7,5 bekomme ich das ich werde jetzt industriegebiet bauen aber nur hier die mühler fuhr ich mal wieder anders jetzt mache ich das was ich vorhin machen wollte wir sehen ich habe eine ganze ebene vergessen scheiße also ich mache jetzt eine buslinie zwischen hier und dort dass die nicht einwandern müssen illegal das ist so feindlich von mir ganz anderen level mal wieder ja dann kamen die busse mal hier lang auch der band war ja noch nicht dort dort anfährst du mal ich glaube hier lang dort lang dort wenn sagen wir mal so dann fährst du mal dort lang wenn ich das da hinbekommen die busse fahren jetzt mal in eine ortschaft in was ich diesmal nicht vergessen habe hier lang hier lang dort 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 ihr werdet so viel dort hören dort dort sagen wir mal so eine straße weiter ein paar straßen weiter ich habe eine einwandstraße gebaut scheiße ein bisschen hier lang da kann man nicht langfahren ich habe eine einwandstraße gebaut scheiße ein bisschen hier lang ein bisschen hier lang dort 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 lang und dann sagen wir mal so und fährst du wieder nach hause dann lange dann gerne ich die bus fahren ich werde aber hier strecken ich möchte die strecke ein ich möchte diese scheiß strecke drosseln wo ist mein fadenkreuz ach sogar dann fahren da höchstens fünf busse und das wird gut ja ich habe es wahrscheinlich falsch geschrieben platz ich weiß nicht warum aber mache ich einfach so dann city guter platz richtig geschrieben ja wir haben zwischen guter platz und latikan city eine boots verbindung aber wie ich so finde diese farbe potzt mich an die ist ein bisschen wie sagen wir so ja zugleich aber wir sehen die schulbusse in latikan city werden oft benutzt dann schicken wir mal nochmal mehr busse los ich denke mal ich werde die schulbusse reihenfolge reinfolge 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 was gibt es wie geht ein folge gemein passagier passagier anzielt werden achso ähm busse fahren nur morgens die schulbusse fahren nur morgens und die busse selbst fahren den ganzen tag schulbusse hier zu verbinden meine arbeiter sind ein bisschen angepasst ich habe gesehen dass mein handy aufgelöscht ist ich habe eine nachricht bekommen ich musste mir angucken das werde ich aber nicht rausschneiden das verspreche ich werde es nicht rausschneiden weil ich keinen bock da habe ehrlich gesagt mir fehlen die nerven das zu finden diese genauen die 100 prozent machen wir erstmal so dann gucke ich zu lange auf mein handy das ich bekommen habe ich habe natürlich nicht wow ich habe einen snap bekommen das ist eine chance habe ich doch gesagt scheiße so Johannes so 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 aber dass ich etwas gesehen was ich nicht sehen will genau sehen wollte ja weißt du man ihr habt dann eben 1,2 wisst du könnt doch sieben von 16 arbeitern und du scheißt schon einen an achten kann wenn du 16 auslastung hast du brauchen nur die hälfte genau genau überqualifizierte ist doch besser als nichts mehr zahlen ich schwere mich jetzt nicht ich muss diese autobahn verwenden das ist würde man sagen zu mir scheiße dass sie meinen ganzen verkehr stoppen ist der namen bestehend ja also ich stehen hier also diese industriegebiet ist das heiligtum von mir wir haben stromprobleme ich glaube wir haben doch keine stromprobleme mehr wir haben keine stromprobleme mehr das größte problem wäre wenn die dinge kohle gespeichert 13 wochen zwölf wochen acht wochen wenn kohle nicht mehr funktioniert dann machen wir wenn öl nicht mehr funktioniert dann machen wir atom atomkraft ist immer der beste in diesem game ich weiß gar nicht ach so ich brauche noch menschen dafür gut zwischen dass man 44.000 braucht es gut zu wissen für meine schnitz für meine stadt das ist einfach eine lange folge die wir sehen also ich habe keine ahnung wie lang es geht ich sag mal lange folge ist das ich weiß ehrlich gesagt nicht wie lange die folge gerade geht ich habe keinen teil mehr ich weiß nicht ob man wie man sieht ganz zeit wie lange es geht die folge also ich habe kein fein aber ich mache das gefühl immer die folgen warum sollte ich mir ein timer machen wie lange eine folge gehen soll manche machen das so gut benutzen ein timer und gucken wie lange ihre folgen gehen dafür ich brauche es nicht 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 mir egal so meine einwohner die lieben es schon hier zu leben bei mir so so wenn ich mal gucken will wie oft sage ich so so und ein ein wenig oft wahrscheinlich öfter als ich glaube öfter als viermal wahrscheinlich dann müsste ich auch noch wie oft sage ich ihnen wahrscheinlich aber das wäre ich gar einfach nachgucken ich muss mich alle meine videos angucken wenn ich auch inklusive minekraft zu zählen möchte ähm dann wird es vier n oh ah die leute in der stadt wohnen werden sich fragen warum sind das so scheiß straßensysteme das sieht so komisch aus dass hier aber mal gucken ob das effektiv ist ich habe keine ahnung ob das effektiv ist ich weiß es nicht dann verbinde ich das jetzt mal schön mit dem wassernetz irgendwann werden menschen wohnen neues geladen natürlich menschen die mir ihr geld geben die versteuert alles hier alles schön versteuern alles schön und doppelt und dreifach machen okay was gibt es hier vorne dass ich es mir gekauft habe ich habe vergessen ich bin ehrlich ich hab's wirklich vergessen das ist traurig okay ich kann eine straße geradeaus für eine zugstrecke für touristen letztens habe ich einfach ganze zeit nicht versprochen von touristen auf terroristen davon war so super fand ich die ganze zeit terroristen gesagt obwohl ich touristen sagen wollte genial aber ich würde mal sagen ich beende das video hier bevor ich das wieder eine halbe stunde in chef factory gammeln muss um es zu rendern bevor ich das beende das video es wird wahrscheinlich eventuell kommen dass sie eventuell eventuell nicht so gut geschnitten sind weil ich mit city skyline die anderen sachen von chef factory benutzen werde eventuell vielleicht ich habe keine ahnung eventuell vielleicht ein bisschen chef factory die anderen möglichkeiten die es gibt zu machen scheiße ich habe keinen zucker reingemacht ja vielleicht andere sachen von chef factory benutzen dann könnten eventuell die sachen videos ein bisschen anders aussehen vielleicht ich möchte einfach einmal vielleicht vielleicht werde ich jetzt nicht machen ein oder zwei sachen ein bisschen verändern vielleicht ich versuche ich versuche mit chef factory zu arbeiten deswegen werden die also die videos in chef factory wird etwas anders aussehen vielleicht wenn ich mit chef factory rumspiele eventuell ich weiß es noch nicht genau ich werde ein bisschen mit chef factory rumspielen halt was halt eben gut aussieht und was nicht so gut aussieht eben ja dann sehen wir uns beim nächsten mal nochmal wieder das war